Herzlich willkommen bei Charlie. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Terminplanung überblicken, mit Checklisten arbeiten und Anamnesedaten aktualisieren. Im Folgenden führen wir Sie Schritt für Schritt durch Ihre Praxisabläufe mit Charlie. Beginnen wir mit der Vorbereitung der Behandlung. Nehmen Sie an, ein Patient, nennen wir ihn Herr Müller, hat einen Termin zur 01-Untersuchung und Füllung vereinbart. Er kommt zur vereinbarten Zeit in Ihre Praxis. Klicken Sie auf Ihre Patienten-Heute-Liste. Hier sehen Sie alle anstehenden Termine des Tages in der Übersicht. Über die Wartezimmerliste werten Sie die Wartezeiten Ihrer Patienten aus. Sie protokollieren ganz einfach die Behandlungsdauer und kennzeichnen die Kontrolle der Leistungseingabe. Bevor der Patient im Behandlungszimmer Platz nimmt, hier noch ein besonderes Highlight von Charlie. Kennen sich neue Mitarbeiter noch nicht perfekt in den Praxisabläufen aus, hilft Ihnen die Charlie-Checkliste. Sie zeigt, wie das Behandlungszimmer vorzubereiten ist. Neue Kollegen sind so schneller eingearbeitet und Ihre Praxis ist besser organisiert. Über unsere Anamnese-App aktualisieren Sie die Patientenanamnese in digitaler Form. Mittels eines digitalen Formulars und einer digitalen Signaturlösung hat Ihr Patient die Möglichkeit, direkt auf dem iPad zu unterschreiben. Die Anamnese aktualisiert sich automatisch und wird rechtssicher als PDF im Karteireiter Ablage archiviert.